Euch, die ihr nie mein Gefühl verliest, grüß' ich, antikische Sarkophage, die das fröhliche Wasser römischer Tage als ein wandelndes Lied durchfließt. Oder jene so offenen wie das Aug eines frohen, erwachenden Hirten, innen voll Stille und Bienensaug, denen entzückte Falter entschwirrten. Alle, die man dem Zweifel entreißt, grüß' ich, die wieder geöffneten Munde, die schon wußten, was Schweigen heißt. Wissen wir's, Freunde, wissen wir's nicht? Beides bildet die zögernde Stunde in dem menschlichen Angesicht. Euch, die ihr nie mein Gefühl verliest, grüß' ich, antikische Sarkophage. Die antikischen Sarkophage kann man in Südfrankreich in Arl bestaunen, massive Steinsärge, in denen die bessere Gesellschaft des spätantiken Roms sich bestatten ließ. Die das fröhliche Wasser römischer Tage als ein wandelndes Lied durchfließt. Das fröhliche Wasser römischer Tage ist wohl mehr ein Fluß der Zeit, der die Sarkophage durchfließt. Oder noch mehr die alles wandelnde Zeit, die das ganze Dasein wie ein Fluß das Land durchfließt, und das Ganze wird dem Dichter zum Lied. Oder jene so offenen wie das Aug eines frohen, erwachenden Hirten, innen voll Stille und Bienensaug, denen entzückte Falter entschwirrten. Geradezu idyllisch wirkt dieser Anblick, wenn sich die Insekten unbelastet von dem, was sie eigentlich bedeuten, in diesen Särgen tummeln. Alle, die man dem Zweifel entreißt, grüß' ich die wiedergeöffneten Munde, die schon wußten, was Schweigen heißt. Der Zweifel bezieht sich auf das, was mit und nach dem Tod geschieht, also mehr ein Fragen als Zweifeln. Man hat den Sarkophagen demnach eine Antwort gegeben, denn sie waren ja verschlossen im Tode und sind nun wieder geöffnet. Natürlich weiß Rilke genau, daß ein Steinsarg nichts fragt und nicht zweifelt, und er uns nichts aus dem Totenreich zu berichten hat. Genauso wie Rilke weiß, daß kein Orpheus jemals aus dem Totenreich zurückgekommen ist und es die Engel, die er in den Dueniser Elegien besingt, nicht gibt. Es ist ein geistreiches Spiel mit der Absurdität des Todes und man fragt sich bei Rilke gelegentlich, ob solches poetisches Spiel mit dem Tod diese Absurdität mildert oder noch besonders betont. Wissen wir es, Freunde, wissen wir es nicht? Also wissen wir, was Schweigen heißt? Wissen wir, wie es ist, tot zu sein? Beides bildet die zögernde Stunde in dem menschlichen Angesicht. Die zögernde Stunde ist die des Todes, die uns gewissermaßen immer so nah ist, als würde der Tod nur eben noch zögern, uns an sich zu nehmen. Beides bezieht sich auf Wissen und Nichtwissen. Wir wissen, was Schweigen, also tot sein, heißt, denn wir sind aus dem Tod als neues Leben hervorgegangen. Wir wissen nicht, was Schweigen, also tot sein, heißt, denn als jetzt lebendes Individuum hat nichts an uns eine Erinnerung an das Dasein als Stoff, den wir in uns wieder lebendig werden ließen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.